Es ist Frühling. Genau der richtige Zeitpunkt, um dem eigenen Körper mal wieder etwas Gutes zu tun und auf sein Wohlbefinden zu achten. Also ein Frühjahrsputz für den Körper. Ausreden wie, da habe ich keine Zeit für, zählen nicht mehr. Denn die Santander Consumer Bank AG zeigt, wie das auch bei der Arbeit funktioniert. Eine Woche lang finden in den Santander Filialen verschiedene Vorträge, Workshops und Beratungsgespräche rund um einen gesünderen Lebensstil statt. Gestartet ist die sogenannte Be Healthy Week mit einem Hörtest durch das Hörzentrum Müller. Dieser war aufgeteilt in zwei Stationen. Die erste Station war ein Schnellhörtest, der schon mal erste Auffälligkeiten feststellen sollte. Hier gab es acht verschiedene Geräusche zu erfassen. Anschließend sollten die Teilnehmer ankreuzen, welche Töne sie hören konnten und welche nicht. Waren die Ergebnisse überraschend? Ja, sehr überrascht. Also eigentlich dachte ich, dass ich ganz gut höre, aber irgendwie ist es dann wohl doch nicht so. Aber ich glaube, die Nebengeräusche hier sind vielleicht auch ein bisschen laut. Ja, auf jeden Fall haben wir die ersten vier Töne nicht gehört und die anderen hören. Ich weiß nicht, waren sie höher oder lauter? Auf jeden Fall war es ein bisschen schockierend, weil man ist ja noch relativ jung und hat eigentlich gedacht, man hört noch ziemlich gut. Ist noch nicht ganz abschließend. Ich soll also noch mal rein zum Eingegnern-Test. Da ist also schon mal festgestellt worden, dass es nicht so ganz einfach ist. Und ja, ich lasse mich überraschen, was da jetzt passieren wird. Wenn man es aber genauer wissen wollte, konnte man in einem separaten Raum einen ausführlichen Hörtest machen. Dort hat Hörakustiker Peter Müller einen Tonschwellentest durchgeführt. Dabei wurden Schwellenwerte ermittelt, ab wann die Teilnehmer bestimmte Töne wahrnehmen konnten. Die Töne waren verschieden. So konnte man direkt ermitteln, wo das Gehör geschädigt ist. Viele Teilnehmer der Be Healthy Week fanden, dass der Hörtest eine gute Gelegenheit war. Ich finde es sehr gut, dass solche Sachen hier angeboten werden. Dass wirklich klar Interesse auch seitens der Unternehmensführung an der Gesundheit der Mitarbeiter besteht. Und kenne ich bisher von anderen Betrieben, wo ich gewesen bin, nicht so. Und das ist sehr angenehm. Im Laufe der Woche werden noch viele interessante Angebote folgen. Alles unter dem Motto Be Healthy, Be Fit.